Sie sehen den Schwarz-Weiß-Historien-Drama Alte Damen-Langeweile-Movie-Channel. Ach, Kinder, ich kann die Fernbedienung nicht finden und will nicht aufstehen! Heute zeigen wir Ihnen, die Herzogin gibt ihren Segen, mit Sturly Stampleburgis als die Herzogin und Grumpton St. Rumpter-Frabble als aufgeblasener, saunterblage-tammter Fappenshire. Kinder! Nein, oh Hilfe! Herzog, einfacher Bürger oder seine königliche Hoheit von Cornwall, das interessiert mich nicht mehr. Ich habe keine Angst mehr, Mutter! Herzogin, das verbiete ich dir! Ich mag eine Herzogin sein, aber trotzdem bin ich eine Frau! Ja, ja, da hast du's, Elisabeth! Das ist genau wie in meinem Leben! Irgendwie... Ah, die Hochzeit, darauf habe ich so lange gewartet. Ist das Kleid nicht wunderschön? Graf Leine, was hat der denn da zu suchen? Ich fordere meine Braut zurück! Du hattest eine Chance beim Coutillon! Du hattest eine Chance beim Coutillon! Das habe ich doch gesagt! Ich konnte... die Fernbedienung nicht finden!